Bau abgeschlossen dann wäre ich zuhören dafür nochmal so wie weit ist denn die Luftabwehr da die ist da die Luftabwehr Orca bereit zum abheben Trooper sind einsatzbereit Dürfte eigentlich ganz gut funktionieren wir werden hier nochmal bisschen aufräumen die sind ja alle hier irgend so schön fixiert die wollen hier oben ja alles kaputt machen auf jeden Fall machst du das da kaputt die zwei Leute der Baumbu-Panzer überlebt immer noch ganz frisch wir bauen hier oben ein Arsenal damit sich die Sonnenzug mal heilen können mal schauen was wir mit denen hier kaputt machen können und vorgärts Bau abgeschießen wir gehen jetzt mit kleineren Angriffen vor nicht mal mit so ganzem Armadern ich bin sicher ich hab das mal schon mal kaputt gemacht zurück zum Nachwarten so jetzt ist es auf jeden Fall kaputt ist aber wahrscheinlich nicht von Dauer unsere Befehle wir sind hier wir sind hier was brauchen sie so Trooper gehen wir vorwärts ich nenne euch mal zu Team 1 wir sind hier Yo wir sind hier einheit befördert na 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 kill die hier bitte die sind mir deutlich wichtiger und den da den da trifft der gar nicht machen wir das einmal so dann haben wir für die auch mal einen Verwendungszweck unser Ziel ist hier mal hier ist aber alles kaputt für die hier brauchen wir mal 3,4 und wieder mal 3,4 davon dann machen wir hier aus wie 12 drei stück und ab dann zerstört man die Kaserne erst macht da 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 den Ingenieur das da den Wailer Buggy das genau dann hier den Abwehrturm genau die Infanteristen sind irgendwie wichtiger das muss weg die Infanteristen wieder genau ja so sieht es ganz gut aus ach das überlebt die Basis schon dann müssen wir auf jeden Fall diesen Turm weghauen zack 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 Feuer frei da kann er ja nichts mehr in der Nähe bauen in der Nähe von Kraftwerken kann man eigentlich nicht mehr bauen ich weiß nicht ob die KI das kann aber ich kann es auf jeden Fall nicht machen wir rufen mal die Verstärkung hierbei weg damit weg mit dem weg mit dem wo kam denn die Karrikarzen voll die doden her die wir gar nicht gesehen einer weniger auf jeden Fall weg mit dem Zeug bmt einsatzbereich so wartet ihr habt es gehört die Zeit ist eigentlich so gut wie rum ich will auch die Zeit beenden das wird der Part wieder unglaublich groß und ihr braucht länger Zeit bis ihr das sehen können auf jeden Fall ich hoffe der Part hat euch gefallen dieser Bonus Part gebt ein Like oder einen Kommentar ansonsten bis zum nächsten Mal wieder andererseits ich mache hieraus ein Doppelpart ja komm ich mach da aus dem Doppelpart ähm ne mach ich nicht doch mach ich ne doch ne egal ich schneide ich schon immer sehen wie sie schneiden ansonsten sage ich jetzt schon mal tschüss vielleicht falls ich das so schneiden würde wie ich es schneiden will einheit bereit so wir sind hier die paar Wissen zurück es kann losgehen und die greifen wir auch alle an dann müssen wir alles kaputt machen genau der stören so kaputt machen den Notmod den hier den Panzer Notmod 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 die Typen hier bitte die Luftabwehr einmal weg machen gehen wir weiter nach hinten bringen wir hinter uns gut dann das äh geh mal raus der überlebt sowieso nicht mehr so die Imponteristen ganz wichtig ziel bestätigt nieder mit ihnen genau so der ist weg nieder mit ihnen geh mal raus auf sie die Aktie in die Luft gut äh wie hier bitte gut hier brauchen wir nochmal 3,4,5 davon einheit ja gut so feuer ja komm mach das mal noch kaputt beenden wir die Party beenden wir die Party so ich krieg mal bitte da hoch ja das super funktioniert haben wir das weg das doch ah kommt das weg das schafft ihr nicht gehen wir halt da rein unbesiegbar ja die anderen sind natürlich schon mal weg Ausbildung so du gehst mal hier rein und du gehst mal da rein die vier Mammutpanzer werden da unten den Rest weghauen während die hier oben hier oben alles weghauen ich meine das ist ja nicht so ein Ding unterwegs ok dann zeig mal was ihr drauf habt so ja gut so gut so gut so gut so ja ich bin jetzt nicht gerade sehr ähm in Multivationslaune ich geh alles gerade so nochmal kurz machen weil ich hab die Mission schon mal gemacht aber es macht trotzdem immer noch Spaß erst wenn ich persönlich nicht so aufregend bin aber das ist ja ein Strategie Spiel hier geht es ja nicht darum so wie ein Beklopter rum zu brüllen so wie manch andere spielen das ist ja schon irgendwie ein bisschen anders oh ich wette mit dem Kommando können wir hier so viel schneller kaputt machen aber das wäre ja auch ein bisschen naja ich weiß nicht hi nach wie geht's denn dir so und du auch nochmal und du vor allem so die da sind auch alle weg nieder mit ihm so vor allem diese ist das Tristen teuer aha macht doch mal schneller kaputt so mach doch mal die hier oben weg ich glaube das mit der Wege wird nix gut unterwegs so das ist weg gut so ja man macht dieses Kleingewirr das ist die ganze ankommen das ist ein bisschen nervig so die hier genau das da das Kraftwerk hier ja es geht aber eigentlich wir nehmen wir nochmal so ein Blatthau und Spätdruck mit damit es auch noch ein bisschen schneller geht so dann das hier das saubert zwar alles ein bisschen aber es geht eigentlich voran so der ist weg der ist weg nieder mit ihm so der da wird jetzt wächst nein nachladen über den interessierten interessiert die sich weiter nicht schade die interessiert uns nicht noch nicht so der geht mal raus die geht mal woanders rein so hier unten haben wir alles kaputt gemacht gut ziel bestätigt wir gehen dann hier oben rum ich glaube das war das für eine Bonus Ziel wir müssen hier oben rum gehen ziemlich komisch irgendwie aber na gut ich weiß ehrlich gesagt nicht wie wir das eine oder andere Bonus Ziel erreichen auch in dem Fall müssen wir das hier weglauen so und sammelt euch mal alle bitte zerstört mal alle anderen einzelnen Gebäude so auch mal bitte die Fahrzeuge weg die da wieder unterbrochen kommen ich hätte die alle markieren sollen nach irgendeinem Team ihr seid alle Team 1 knallt die mal ab auf jeden Fall haben wir und dann mal der dritte Geheimdienst wir kennen ihre Position genau ähm Orcas da ich bei euch gar nichts zu tun habe zerstört die mal das da so dann mal auswählen und dann das da zerstören ja schaffen die das so ja mach mach bitte weg die von der Wissen muss auch mal alle weg so ja mach das so weg ja die sollen jetzt diese kleinen Nebengebäude weghauen wir haben ja immer noch die Mammutpanzer zumindest die Mammutpanzer bereit die können da wir können da durchwaschen vielleicht kriegen wir so noch einen Geheimdienst wenn wir durch die Vordertür gehen ich weiß es nicht man kann ja träumen bitte die weghauen dann mal die hier so dann habe ich für euch eine Reihenfolge wir ach hier sollte ich eigentlich nur austoben ihr geht hier durch die Vordertür ich wünsche euch viel Spaß ne jo das wünschen wir euch doch genau macht's genauso hier geht man da durch ja hier zerstört das attackiert man das Mammutpanzer überrollt sie so den Schwederturm das Kraftwerk auf sie auf dem Weg und nochmal Strom weg das tut mir aber leid auf jeden Fall zerstört die man das wieder erwartete füllen fachliche Einheiten in sich okay attackiert man das die kümmern sich um die Basis die Mammuts auf jeden Fall greifen die geht das total falsche an die Mauer soll sie nicht attackieren die Mauer ist so unwichtig macht sie platt erwarten Befehle oder greifen wir mal das an oder das da vielleicht müssen wir das ja alles weghauen macht sie platt so dann hier das hierzu das und dann das ja die können das jetzt in Ewigkeit angreifen der baut sowieso immer alles wieder nach auf jeden Fall müssen wir das erstmal die Basis wegkommt bevor wir überhaupt was hier der hätte das Hauptbahnhof der baut das alles wieder nach wir müssen den Bauhof wegmachen brauchen sie los ich bin sicher der hätte hier oben schon lange kein Diverium aber naja was willst du machen bereit so ich komme einfach nach vorwärts fahren jetzt erstellt man das auf zur Front so Feuer die zwei da auf sie genau überrollt sie auf sie ich glaube das war jetzt gehört auch zu einem der Bonusziele man muss sie mit hier rumfliegen damit wir irgendein Geheimdienst akkuatisiert bekommen klingt komisch ist aber glaube ich so auf jeden Fall machen wir erstmal hier ein bisschen mehr platt genau nein alle Notgebäude sind platt gut bereit ja sir Geheimdienstdaten aktualisiert okay Aurora Schlitzpunkt in Kairo das Aurora Raketenarsenal war es glaube ich ähm wir speichern jetzt vor allem dann können wir mal schauen ob wir jetzt alle Bonusziele haben also alle Geheimdienste wenn ja dann bin ich überglücklich wenn nein dann müssen wir nur mit dem Orcas hier rumfliegen wir hoffen dass wir das Bonusziele dann bekommen ich hoffe das funktioniert auch jetzt ähm hier geht auf jeden Fall na da 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 Mammutpanzer die Mammutpanzer das Mammutpanzer drückt vor und zu stören das und dann das genau zack das ist weg ja ich hoffe die sind schneller die Pölter als Mammutpanzer aber das sieht so aus so deshalb dürfen wir alle Geheimdienste haben In meiner Theorie Ich hoffe, das ist auch so Ich werde den Part vielleicht verdoppeln So schnell mal schauen Einsatzziel erreicht Mission erfolgreich So, mal schauen Na, Spieldauer Naja gut, das interessiert keinen Erfüllt, erfüllt und Erfüllt, yes Das Ding ist schon mal voll Auf jeden Fall gucken wir uns noch mal alles an Prologt Alles voll, äh, ja Die USA Alles Perfekt Ägyptien Alles perfekt, Osteuropa Alles perfekt Mitteleuropa Jo, auch alles erfüllt Äh, Italienische Rote Zone Der Ground Zero Der kommt in den nächsten Part Ich hoffe, der Part hat euch gefallen Gebt mir einen Like oder einen Kommentar Und so sehen wir uns das nächste Mal wieder Bei CommandConc Für die Tiberium Wars Ich bin heute Wanky 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 Und sage jetzt Ade See you wonder Dey See you Vielen Dank.